So, ich überlege gerade. Wir müssen ja gar nicht nur einen vielleicht. Wir können auch mehrere gleichzeitig drehen. Ach so, ah, okay. So. Dann... Okay. Okay. Nur noch der oben rechts. Nur noch der. Und gucken, ob wir den Einzelnen deaktiviert bekommen. So. Ach so, hoch, zurück. Hä? Ach so, jetzt müssen wir wieder alle. Ah, jetzt müssen wir... Okay. Alles klar. So. Aha. 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 So. Haha. Nice. Nice. Können wir das Ding mitnehmen? Den können wir gebrauchen. Oh, holy fuck. Ähm. Ja. Okay. Ich weiß doch gar nicht von wo nach wo. Ach, von hier. Okay, von wo? Von da. Na da. Okay, hier ist keine Kurve drin. Das könnte ein Problem sein. Ach so. Können wir das hier machen? Ja. Hm, 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 hm. Okay. So. Yeah. Teleporter und neue Linse. Nice. Okay. Ich glaube hier sind wir soweit durch dann. Die Linse brauchen wir garantiert denn fürs nächste Ding. Sehr schön. Sehr schön. Ich weiß noch nicht was wir mit dem Teleporter wollen. So. To the next board. Gibt es irgendwo einen? Noch? Hier sehe ich gerade nichts. Versuchen wir unser Glück mal mit dem der weiter links ist. Wo gibt es da hinten noch was? Könnt ja auch sein. Hm. So. So. Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Ah, sehr schön. Guckt mal, das passt schon mal. Klaros und oscuros Nee, tut's nicht. Oh, die Einzelteile noch. Die kleinen. Oben links und unten. Und rechts muss eigentlich auch noch einer hin. Verdammt. Nö. Nö. So, den lassen wir mal kurz, genau. Ach, verdammt, ist der Fall. Ja, gut. Okay, den können wir gar nicht gebrauchen, weil der hat im geraden, im rechten Winkel zwei Stück, okay, den brauchen wir gar nicht. Och. Im rechten Winkel auch zwei, aber... Das war der einzige, der passt und da müssen wir sie so lange ran machen. Fehlt uns noch eine Linse? Ich glaube schon. Also, uns fehlt ja noch eine, aber ich weiß nicht, ob wir die hier irgendwo einbauen müssen. Den finde ich eigentlich schon gut. So. Der ist useless. Der ist auch useless. Der auch. Der auch. Ach komm, das schaffen wir gar nicht nur mit denen. Wir brauchen nur einen mehr. Wir brauchen einen mehr. Dいや, ich weiß nicht. Wir brauchen einen. We machen unsian. Was machen wir mit dem Filiporter, den wir haben? So, gut, das ist schon mal gut. Und noch einen Strich nach rechts. Und noch den Strich nach rechts. Ah, und unten, und unten brauchen wir auch noch den Punkt. Aber den muss es dann noch einen geben, oder? Bestimmt. Wir können erst mal gucken, was wir mit dem Teleporter machen. Ich gehe noch mal kurz in das Gebiet von eben. Ach ja, das Teil haben wir auch noch. Wenn ich wüsste, was das hier ist, können wir das Teil natürlich benutzen. Wo packen wir den hin? Ich gehe noch mal kurz in das Gebiet von eben. Ich gehe noch kurz in das Gebiet von eben. Wir müssen an irgendeine Maschine ran. Nur an welche. Ist mir ein Rätsel. Ich finde es aber krass, wie viel Spielzeit wir tatsächlich haben hier. Entweder weil ich so lange brauche oder auch generell, dass man nicht so viel auf einem Haufen hier machen kann. So ist es natürlich immer Step-by-Step, aber trotzdem. Ja, trotzdem ein recht kleines Gebiet bisher. Maschinen? Maschinen? Gibt es hier Maschinen? Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Maschinen? Ja. Gut. Ja. Wo haben wir denn noch was, wo wir was machen können? Wo haben wir denn noch was? Gut, können wir mit dem Teil nicht irgendwo noch ran? Hm. Ich weiß es nicht. Passt die eigentlich rauf. Tatsächlich. Aber da soll er bestimmt nicht rauf. Ähm. Ach so. Da müssen wir nochmal alle Spots ausprobieren, die so eine Einkerbung haben dafür. Äh. Weiß ich gar nicht mehr alle. Äh. Im Ofen auf jeden Fall. Was dumm wäre, weil das ist eigentlich blöd. Dann. Ähm. Da oben. Da müssen wir natürlich erstmal den hier ran bauen. Da ran. Oh, oh, oh. Oh ja. Das wäre eine Idee. Wohin wollen wir uns dann porten? Wo können wir uns hin porten? Dann können wir uns mal einen Spot suchen hier. Ach, ich weiß wohin. Ich weiß wohin. Ich weiß wohin. Äh. Ja, geil. Okay. Da oben ist dann noch irgendwo was drauf gewesen. Ach, kommen wir gar nicht ran. Äh. Aber da oben wäre ein Spot. Auf jeden Fall dafür. Glaube ich. Das heißt auf jeden Fall. Hm. Ja, das wird auch nicht funktionieren. Aber versuchen tue ich es trotzdem. Nö. Okay. Da komme ich halt nicht ran. Nö. Jetzt erwartet, wir können uns von hier irgendwo hin porten. Ich gucke mich nochmal um. Was ist da hinten denn? Oh, ich kann es nicht sehen. Kann ich die... Warte mal. Graphics. Äh. View Distance. Okay. Okay. Da oben auch nicht. Okay. Nehmen wir da einfach mal mit. Wieder. Whatever. Wo gibt es denn noch Spots, wo wir die ran bauen können? Ich glaube, das war es fast, ne? Was mich aber ein bisschen gesturzig gemacht hat, war, dass es... Das nicht angefangen zu leuchten bei dem... Bei dem... Bei dem... Alchemie-Ding. Ich gehe mal kurz hin. Aber vielleicht nur wegen den Linsen. Ah, verdammt. Ähm. Ja. Sonst? Tada! Nice. Oh, noch ein Teil. Ah, wir brauchen hier also alle. Ach, bestimmt. Okay, ist 20 dein letzter oder gibt es noch mehr? Ach, was weiß ich. Ich dachte ja auch, 14 wäre das Ende. Gibt es noch eine mehr? Ich glaube, es gibt noch eine. Oha. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch wieder hier. Hm. Ja, vergleichen wir gleich mal, welche neu ist davon. Also, Turf hatten wir, Tux hatten wir, Yen hätten wir und ich glaube, den hatten wir auch. Also, Xyf ist neu. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem machen. Wo die hier wachsen. Hätte ich auch sehen können, ne? Also, Xyf ist neu. Ach, verdammt. Wollte ich nicht malen. Äh. Zack. Delete. Yes. Weiß ich den Namen ja gar nicht. Nur noch mal besser raufkriegen. So. Kann man trotzdem kacke lesen. Macht nichts. So, was ist, das ist neu. Lora Guter. Okay, brauchen wir, ja okay. Das ist auf jeden Fall neu. Stoffxen haben wir unten. Ich hab keine Ahnung, wo wir die Pflanzen herkriegen. So. Wir nehmen, aber wir können immer nochmal oben gucken gleich. Weil wir haben ja. Ich passe nochmal alles hier. Ah. Okay. Was? Aha. Aber warum? Und warum ist hier das Symbol? Mhm.